Was darf bei einer österreichischen Grillparty nicht fehlen? Das Rindefilet. Oder wie man bei uns so schön sagt, der Lungenbraten. Schneiden Sie Ihre Steaks oder Tournadose minimal drei bis fünf Zentimeter. Damit tun Sie sich leichter, dass Sie Ihr Steak auf dem Punkt grillen. Dass das Steak richtig in Form bleibt, geben wir ein bisschen Speck rundherum. Wichtig bei unserer Tournadose ist, dass sie gegrillt werden, direkte Hitze, ein paar Minuten links und rechts und nachher indirekt weitergegart. Grill-Dips präsentiert von Alpenrind, Salzburg, Bayern und Honigmeier.